Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Okay, Dad. Spreche ich mit dem Transporter? Wo sind die Pakete? Was soll das? Fahren Sie los. Raus aus dem Wagen. Alle, sofort. Keiner wird aus dem Wagen steigen. Fahren Sie. Dann bitte anschnallen. Vielleicht arbeiten wir in Zukunft nochmal zusammen. Blicken wir nicht zu weit voraus. Die Mediterranean Bank wurde schon öfter ausgeraubt. Aber so noch nie. Der Fahrer, man nennt ihn den Transporter. Dafür wird er bluten. Kann ich Ihnen behilflich sein? Hallo, Frank. Wer sind Sie? Sie und Ihre Freunde haben mir etwas weggenommen. Jetzt habe ich Ihnen was weggenommen. Ich gebe Ihnen zwölf Stunden, um Ihren Vater zu finden. Dann töte ich ihn. Ihretwegen sitzt mein Vater in der Scheiße. Wir müssen zu Karasov. Haben wir eine Wahl? Er nicht. Er kommt. Wir brauchen mehr Männer. Was hat dich aufgehalten? Ich musste ein paar Babys in den Schlaf singen.